Oh, jetzt hat er keinen richtigen Timer gemacht. Habe ich meinen Inker noch durchgekriegt? Ja, habe ich. Schauen wir mal, ob wir mit der Gruppe was hinkriegen. Und zwar bin ich jetzt wieder mal im Schrein unterwegs. Da war ich ja... Da war ich ja die letzten paar Male schon drin. Ah, fuck, die haben hier geedit. Oh, nein, tötet ihn nicht. Eine Sekunde. Okay, gut, das ist gerade nochmal abgelaufen. Holy moly. Muss man mal ein bisschen vorsichtiger sein. Alter, warum... Klief der da auf den einen noch drauf. Der eh schon... Wir haben eh schon ein paar Stacks, ne? So, jetzt können wir die anderen töten. Vier... Okay, warte, halt, kein Damage mehr. Lass mal auslaufen. Okay, jetzt. Zumindest checken sie das mit dem Auslaufen lassen. Dann kannst du ja schon mal nichts sagen. Schau mal, das ist den einen LOS. Okay. Die sind nämlich echt immer ein bisschen bitschig, die Mobs hier. Die hauen nämlich tatsächlich relativ gut raus, weil die Woche ja Trash-Buff ist. Und seht ihr, wenn die da durchcasten, dann kriege ich schon ordentlich von Latz. Vor allem unten wird es jetzt dann gleich ein bisschen eklig werden. Da müssen wir jetzt dann gleich mal gucken. Jetzt bin ich mir überlegen, ob ich hier direkt Dings ziehe. Die pullen wir jetzt schon mal hoch. Ähm, ich ziehe jetzt tatsächlich bei denen Inka, was eigentlich Käse ist. Aber, ähm, sonst komme ich bis zum Boss nicht mehr hin und das bringt dann halt auch nichts. Schauen wir mal, ob wir genug Kicks haben. Aber das sieht eigentlich gut aus. Damage ist jetzt irgendwie nicht ganz so hoch. Da müssen wir mal noch gucken. Wir haben jetzt nicht so viel Mast, jetzt, äh, aber gut, die, zumindest kicken sie die, die Heilung. Ach, shit, jetzt war ich in dem Kack drin gestanden. Wir können dann leider nicht jeden, äh, nicht unterbrechbaren Cast einmal kicken. Das ist fast ein bisschen schade. Die nächsten beiden Packs sind halt relativ krass, ne? Einmal, weil du bei dem ersten Pack jetzt gleich nicht interrumpen kannst, ne? Da habe ich eigentlich mal lieber Inka für, aber gut, dann kann ich es vielleicht bei dem nächsten ziehen. Also, wie gesagt, die nächsten beiden sind halt, sind halt ein bisschen, ein bisschen böse. Muss ich jetzt hier einmal die Wall ziehen? Können wir so dann gleich kicken? Ah, ich habe halt beide Walls raus, das ärgert mich. Hütet euch! Wenn man nämlich gleich hochgeschleudert, jetzt laufe ich mal hinter die Ecke hier, dass sie mich nicht treffen. Aber das würde wahrscheinlich auch nichts bringen. Oh, fuck, ich habe den Fallschaden gekriegt. Hütet euch! Das Blöde ist, die können da teilweise durchcasten. So, jetzt muss ich noch einmal die Heilung durchhauen. Ah, der Ele ist, jetzt fliege ich halt in die Void rein. Können wir nochmal einmal desorientieren? Einmal kann ich noch knockbacken. So, jetzt haben wir sie nochmal weggekickt. Das ist echt eine abgefuckte Gruppe. Ich hoffe, der Rogue hat verstanden, was ich will. So, jetzt skippen wir hier quasi durch. Ja, du kannst danach trinken. Er sollte eigentlich den Schraut anmachen. Ja, der Worry ist so ein Vollidiot. Aber wir haben nicht die Mobs alle getriggert. Wie ging denn das jetzt? Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, jetzt sind wir halt... Ja, das ist... Na gut, wir haben jetzt nur den einen Mob. Ja, komm, scheiß drauf. Ich ziehe jetzt Inka und versuche den mit wegzukliefen. Der macht halt einen Stun. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Also, das war jetzt nicht optimal, aber... Also, der Worry... Eigentlich springst du halt... Alter, dieser Hunter. Du Vollidiot! Lässt dich von einem Mob wegchar... Ach, fuck. Sie haben halt geedit. Jetzt... Ja, das ist schon wieder gelaufen, das Ding. Der Eintritt schüttelt jetzt noch mehr, oder? Und zwei haben sich wegschallern lassen. What the fuck? Wie geht denn das? Ja, wir haben jetzt halt kein Retz. Ja, es ist vorbei. Kannste... Kannste resetten. Dann- Ja. keine ahnung ob das jetzt noch was wird ach der worry hat geädet er muss hier einfach nur drüber springen er hat das halt nicht drauf wir sind zwischen ja auch im kombat oder halt die das nicht hätten ja schon wieder acht minuten was wir brauchen hier okay auf geht's ich bin echt überlegen wie die einen da hinten geädet werden ich glaube ich bin jetzt eigentlich überlegen ob ob ich mit mili hit enden kann aber eigentlich auch nicht also muss das muss fast einer muss was einer reingeschossen haben aber ich habe leider nicht mehr dass er dann drauf hatte der hand der geht halt immer weiter darüber hat sich keiner wegschlagen lassen das ist ja schon mal was aber dass du bei dem ersten boss hat rumstruggles der jetzt in der kacke dringestehen geblieben noch mal ein schatz hat er lauft doch da jetzt nicht hin da war halt ein es ist halt eine ele noch da die wollen den kiddie plieten oder jetzt haben sie released das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schauen wir mal, ob die Gruppe hier gescheit damaged Na, Single Target geht da schon ein bisschen mehr Lauf, kleines Mädchen, lauf! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Hütet euch! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Ich muss meine Dev-Dinger kaum benutzen, ne? Also ich bin echt im Überlegen, ob sich das überhaupt rentiert zu defensiv zu spielen Hier kannst du theoretisch low essen, wenn's ist, aber wir können durchziehen, ich glaub das passt Wenn's jetzt dann gleich gut mit dem Kicken klappt, dann könnte das vielleicht sogar noch was werden Hütet euch! Okay, wir haben doch nicht so guten Single Target Ich verstehe, der einzige, der halt da nicht stehen muss Der Heiler kann die ganze Zeit hier stehen und theoretisch die Leute heilen Ist der einzige, der halt nicht daran stehen muss Ich verstehe es teilweise nicht Lauf, kleines Mädchen, lauf! Mach quasi erst die Putt und dann haben wir drüben die Mobs Lauf, kleines Mädchen, lauf! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Oh fuck it! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Das ist jetzt gelaufen? Oh nein, er musste den Skip nochmal machen! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Ja, machen wir halt dabei die Mobs hier, keine Ahnung Bis der Hunter da ran gelaufen ist Er muss halt jetzt nochmal komplett die Dings machen Was ist das? Was ist das? Uppet ihm? Was ist das? die werden dann ist es ausgelaufen oder halt den rock hoch lasst den kurz trinken das haben wir denn jetzt noch 20 minuten das wird sauknapp das sage ich euch da fall jetzt nichts nichts passieren ob das mit dem kicken klappt er hat den ding abgekriegt alter der eine läuft da auch in jeden wind rein das ist halt hier übelste rotz muss heute immer weg laufen von dem einen dude alter ich hab halt fünf winde der boss kann halt auch ätzend sein wenn ich hier das tank schallern lässt dann ist es ziemlich schnell vorbei aber es haben sie ja ganz gut gemacht dazu viele stacks hat man nicht was mit der jetzt springt hier jetzt einfach mal ein bisschen rum jetzt muss er noch mal am ende sein scheiß machen da hat schon jemand rein gekickt mal einen zweiten kick mach jetzt ich den dritten es ist halt immer schön mit kicken und movement phase da haben oft die leute dann probleme wobei das jetzt eigentlich nicht so krass ist ne ich habe hier schon die lustigsten sachen gesehen ach kack jetzt habe ich den den mist nur abgekriegt also dem das kannst du nicht erworben also das kriegst halt einfach so hier kommt noch mal eine krasse scheiße und zwar eine richtig krasse scheiße ich bin im überlegen ob ich gleich ne ich ziehe für die nächste gruppe ich ziehe da ein pot tatsächlich ja ich muss muss dann gleich hinter die ding gehen das ist so eine gewollt scheiße hier jetzt muss aber hier alter das hier ist immer eine richtige rotze weil weil du musst hinter die hinter diese wände gehen hast aber hast aber keinen platz weil hier alles voll gewollt hast das volkanic und zwei mal diese typen mit dem zeug das ist richtiger rotz das ist richtiger rotz hier an der stelle aber gut dass ich die inker jetzt gespart habe jetzt können wir nämlich gleich da rein mit full dingen da brauche ich nämlich jetzt die inker nämlich hier wird es jetzt wird es gleich lustig hier ich komme jetzt einmal in desorientieren rein sind alle einmal interrupted weil hier sterben dir meistens die leute weg hier Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, der ist raus. Perfekt. Aber der Hunter, der frisst hier gerade... Oh, ne, okay. Ich dachte, der frisst Kugeln. Nice, die sind halt tatsächlich geswitcht. Ich muss halt hier immer alles kicken, sonst kann ich ihn halt nicht gescheit ziehen. Das ist echt immer ein bisschen beschissen. Ah, fuck, der eine ist da reingelaufen. Okay. Sie spielen den Bosskampf halt tatsächlich so, wie du spielen musst. Das ist halt switcht, ne? Das ist halt teilweise echt ätzend hier. Aber das musst du machen. Mir kommt's irgendwie so vor, ob das in niedrigeren Keys komplett egal ist und in höheren Keys ziemlich ätzend wird. Wahrscheinlich einfach nur, weil die Kugeln so viel... oder weil die Leute viel mehr Life haben und es dann kacke wird. Okay. Okay, das war jetzt tatsächlich gut gespielt. Das sehe ich selten. Jetzt haben wir nur 10 Minuten. Eigentlich... Also wenn die Leute es jetzt nicht nur hart verkacken, dann könnte das reichen, tatsächlich. Das ist geschrieben, die sollen bloß nichts adden hier. Wo bleiben denn die? Okay, ich kann die... Kann ich jetzt rausholen hier aus dem Wasser? Hier. Die sind nämlich echt ein bisschen bitchig teilweise, die Mobs hier. Muss echt ein bisschen aufpassen. Muss gucken, dass ich dann abstack gleich... Okay, ich hab abgestackt. Easy. Die buffen halt auch nicht hoch, also ist das gar kein Stress. Wir brauchen halt jetzt relativ viele von diesen Würmern, ähm, weil wir hinten auch eine Gruppe nicht gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt reicht. Ich glaub, das... Ich weiß gar nicht, obwohl... Die bringen fast 5% in der Mitte, ne? Dann haben wir noch drei Wurm... äh, zwei andere Wurm-Packs. Eigentlich müsste das... Ah, shit, das wird halt nicht reichen, ne? Wir hätten halt noch was spielen müssen. Der haut so rein, ne? Das ist so krass. Die haut mir halt 200k drauf. Okay, wir haben 94. Der bringt, glaub ich, um die 2, oder? Das bringt... Naja, der bringt halt gar nicht so viel. Shit, wir haben halt echt zu wenig Trash, ne? Das wird halt nicht... Oder? Die bringen doch keine 4% jetzt, die beiden Gruppen. Ich muss lieber safe spielen. Die bringen halt zu wenig. Okay, Boss. Auf geht's. Dürfen Sie hier jetzt nur nicht wegschallern lassen. Sagen Sie sich nicht schallern lassen, ist halt alles gut. Ah, fuck. Sie stehen halt im Schaller-Ding drin. Holte Schulter. Shaal. Und jetzt. Okay. Und jetzt. Schauen wir mal, ob die Milis es drauf haben. Alter, der Heiler steht im Schaller? Okay. Ach, komm da raus, ist der scheiße. Müssen halt noch eine Phase spielen, ne? Mit dem Rogue. Okay, ich hab das Ganze nochmal ganz hinten abgelegt. Also hier ist extra ganz hintergezogen, das ist zwar zum DPS nicht so ganz ideal, aber sonst legst du die Kacke halt übelst scheiße ab und das willst du halt. Ja, wir müssen es halt nochmal spielen, wenn wir zu wenig Schaden. Fuck. Das ist halt jetzt einfach safe runterspielen. Also wir haben halt eine Gruppenzusammenstellung, die viele Kicks hat. Oh fuck, da kommen halt jetzt X-Hits gleichzeitig rein. Ich krieg jetzt einfach mal hier. Dann haben wir den jetzt noch. Jetzt können wir eigentlich einfach nur brettern. Haben wir... Schaffen wir das jetzt tatsächlich in time? Dann hätte ich endlich mein Achievement fertig, ne? So, jetzt noch die eine Mobgruppe da hinten. Brauchen halt jetzt nicht viele Prozente. Die müssten reichen, oder? Also ein Prozent bringen doch die ganzen Aale. Na ja, drei Minuten haben wir nur. Obwohl wir das am Anfang so hart verkackt haben, ne? Alter, endlich. Endlich, Leute. Da seht ihr mal. Ich hab sogar beide gleichzeitig gekriegt, ne? Hier. Warte, seht ihr das? Alle, ähm... Alle im 10er, alle im 15er gemacht, ne? Beide gleichzeitig. Boah, jetzt hab ich diese Rotze weg. So. Jetzt werden... Jetzt werden keine fucking Keys mehr gelaufen. Also, jetzt mach ich, glaub ich, bloß nur weekly 10er. Das war's. Ähm... Jetzt hab ich endlich alle auf 15 fertig. Das sind wie diese Random-Gruppen, ne? Das war jetzt irgendwie der sechste Run oder so, den ich die Woche gelaufen bin. Deswegen war ich schon ein bisschen... Ein bisschen mad hier. Zwischendurch. Aber mit den Leuten hat's geklappt. Sehr schön. Am Anfang hab ich's schon abgeschrieben. Und ja, wunderbar. Gut, okay. Ja, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin durch mit M+. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela. Ciao. Ciao.